Hallöchen, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu noch einem weiteren Projekt. Ihr wisst ja, ich spiele für mein Leben gern Star Stables. Ich habe auch verschiedene andere Pferdespiele probiert, die ich aber nicht hochgeladen habe. Und ich habe vorgestern oder irgendwie so damit angefangen, Sims 4 Editor zu testen. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Es war wirklich sehr cool. Und jetzt dachte ich mir, ich starte mal den Trial oder Trial. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und darf jetzt Sims 4 zwei Tage lang für 48 Stunden, das sind ja zwei Tage, testen. So, jetzt erstelle ich erst für die Sims. Natürlich im Schnelldurchlauf anwandeln würde das ewig dauern. kinda mal im Sitz und Awards. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020